Hallo und Willkommen bei The Nosey Rosey Gessie Jen. Ja, heute mal aus der Natur mit, hier man sieht, noch meine Handschoner. Und meine Inliner an meinen Füßen sind wir mal wieder aus der Natur. Mit meiner Freundin Tine. Kannst ja mal kurz an die Kamera strengen. Fast auf dem Kopf. Ja, von mir heute ein kurzes Video, eine kleine Ankündigung. Und zwar habt ihr ja bestimmt alle mein Video vor zwei Wochen gesehen, mit den vielen tollen Sachen, die wir von Kloike aus den Niederlanden bekommen haben. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, und zwar jetzt die Möglichkeit für euch, wie ihr das gewinnen könnt. Ganz einfach, ihr müsst einfach ein kleines Video machen. Und zwar wollen wir ein Video zum Thema Toleranz sehen. Also, ja, ganz egal was ihr macht, ob ihr euch selbst filmt, irgendwas erzählt, ob ihr was zeigt, oder ob ihr einfach ein Video mit Bildern und Text oder Musik macht. Also ihr müsst auch nicht selbst zu sehen sein. Einfach ein kleines Video irgendwie zum Thema Toleranz. Wie auch immer. Da könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen. Das müsst ihr dann auf euren Kanal hochladen und dann als Videoantwort hier unter dieses Video posten. Das geht ganz einfach. Ihr müsst unten, wenn ihr in die Kommentarbox klickt, dann, also ihr müsst einmal reinklicken, und dann erscheint erst rechts daneben so ein Button, Videoantwort posten oder so. Und dann könnt ihr das als Videoantwort posten, ja. Genau, also ganz einfach. Und es gibt dann natürlich die Schweißbänder, die wir da haben. Also ihr könnt natürlich auch aussuchen, ob ihr ein pinkes oder ein schwarzes nehmt. Das bekommen die besten fünf auf jeden Fall. Und das beste Video, das bekommt auch ein T-Shirt dazu. Also eins von den T-Shirts, die ich hier gezeigt habe. Ich weiß noch nicht genau welches. Aber auf jeden Fall gibt es dann auch ein T-Shirt für das beste Video. Also streichet euch an. Ja, gut. Dann bin ich gespannt. Ihr habt zwei Wochen Zeit. Datum weiß ich jetzt leider gerade nicht, wann das in zwei Wochen ist. Werde ich jetzt gleich nochmal hier einblenden. Und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Videos. Und ja. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.